Die Serie Smile, eine neue Komplettbadserie für das preisgünstige Segment. Inklusive umfangreichen Möbeln, Unterschränke, ein Hochschrank und kompletiert durch die neue Spiegelschrank-Serie Option und Option Plus. Der Waschtisch zeichnet sich durch einen sehr schlanken Rand aus, der dem Waschbecken eine wirklich nahezu filigrane Leichtigkeit verleiht. Die Waschtischvarianten 45 cm für das Handwaschbecken, 60, 90 cm oder auch 1,20 m für zwei Personen. Das Möbelsortiment gibt es in vier ganz aktuellen Farben. Einmal Holzstruktur, Vintage in Ulme hell, in Lichtgrau und in Lackweiß.